Also es macht so einen kleinen Hubs, wenn man die Figuren dann sieht. Lesern geht das, denke ich, genauso. Jeder macht immer sein Bild und dann ist es aber ganz toll. Also die schlüpfen ja auch beide in ihre Rollen und gehen da so drin auf, dann sind sie halt auf einmal Reguland Oskar. Das fiel mir nicht so schwer. Also es ist wirklich diese einmal drauf und dann geht's los.